Hallo Leute und willkommen zu GTA 5 Most Wanted. Wie geil ist denn das hier? Ein Chrysler New Yorker, der eigentlich sogar ziemlich gut gemacht aussieht. Wer wisst ihr, ich bin immer noch irgendwie in diesem, und jetzt vorsichtig, jetzt rede ich Denglisch, in diesem Mindset, dass die K-Mod-Evolution immer am Anfang ziemlich kacke ist. Also sprich, es kommt am Anfang K-Mods raus, die einfach die existierenden ein bisschen überarbeiten. Dann wird es ein bisschen fortgeschrittener. Also sprich, dann kommen richtige Vinyls, Paint-Shops hinzu, und dann kommen die eigentlichen Fahrzeuge. Aber jetzt auch im Fall von GTA 4, San Andreas, White City und was weiß ich noch alles, war es immer so, dass die am Anfang ziemlich scheiße waren. Von der Qualität her, vom Aussehen her und von den Texturen her. Ja, aber jetzt guckt euch mal dieses Fahrzeug hier an. Ich krieg mein verdammtes Maul nicht zu. Und ich sollte vielleicht nur hinzufügen, dass ich ja nicht den Chrysler New Yorker mag und ein Teilkund ist, weil er dasselbe Baujahr hat wie ich. Also, ja, ähm, bin ich einfach nur erstaunt. Und guckt euch das Tacho an. Es funktioniert leider nicht, aber trotzdem. Es ist erstaunlich. Es, äh, wow einfach nur. Einfach nur wow. Nun denn, äh, ich werde es jetzt erstmal heute so machen. Und zwar, ich werde mir 5 Sterne geben und noch was Nettes dazu aktivieren. Und zwar Riot Mode. Ja, Leute, ich weiß, ich hab's irgendwie mit diesem Mod, aber ich muss ehrlich sein. Polizeiverfolgung kombiniert mit Riot Mode dürfte eigentlich ziemlich nice werden. Und überhaupt, das hab ich hier am Laufen. Äh, verstehe. Ähm, Chicago if you leave me now. Von mir aus. Ähm, 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 ähm. Max 100 Level. Oh, hier. Dupsi. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt noch Riot Mode. Huwe. Bin immer gespannt, wie sehr das nach hinten losgehen wird. Aber nun denn. Ähm, ich hab jetzt erstmal heute ein paar Ziele, die ich erreichen möchte. Das erste Ziel, was ich erreichen möchte, ist der Flughafen. Na, fuck off. Der zweite... Gott, hör auf mich zu zerschrecken, ey. Das zweite... Oh, ich mach doch kreuzweise. Gott fucking damn it. Das zweite Ziel. Das, ähm, wird Ground Street sein. Das dritte Wein wird. Also sprich, äh, dieser Radio Tower. Falls es überhaupt eine Radio Tower war und nicht eine Fernseherprogrammstation. Ihr wisst was. Ich meine. Hervorragend. Wirklich. Die Polizei könnte das jetzt so reutig ausnutzen. Aber was macht die? Sie kommt nicht in der. Zugegebenerweise, das Schadensmodell mag zwar jetzt nicht wirklich toll aussehen. Und das jetzt hier mit der Felge sieht noch umso mehr interessanter aus. Aber ihr müsst wissen. Guckt euch die Anfang-Mods von, äh, oder zumindest die Anfang-K-Mods von GTA San Andreas und GTA 4 an. Auch wenn GTA 4 ein paar ziemlich gute Anfang-Karmods hatte. Muss ich trotzdem zugeben, dass der Anfang eher so meh ging. Sag ich es einfach mal so. Allgemein von der Qualität her. Also von dem her. Ich bin wirklich überrascht. Und ich hätte echt nichts dagegen gespielt. Wenn du entweder dafür sorgen könntest, dass ich erschossen werde. Oder dass ein Assatz hier irgendwie rumfährt. Wenn du jetzt direkt einen Trailer verwenden, um mir einen anderen Wagen zu geben. Möchte ich jetzt dann ja auch nicht wirklich. Was für ein Depp. Hey. Wie episch. Scheiße nochmal. Ich sollte eigentlich schon fast in First-Person-Fahne. Hu. Du Bastard. Das, das, das nehme ich im Krumm. Mein Fahrzeug mag zwar schon beschädigt sein, aber man muss das nicht nur kratzen. Komm schon. Nun dann. Ich werde einfach nur wahnsinnig. Ehrlich. Bitte erschieß mich einfach. Ich würde da gerne stehen bleiben und das Unvermeidbare hier eintreten lassen. Aber ich möchte es den Polizisten auch nicht so einfach machen. Also jo. Oh. Und eins, das ich heute komplett vergessen habe zu erwähnen ist, ja. Ich hasse Rockstar manchmal. Vor allen Dingen, wenn ich einen Singleplayer-Ordner habe und noch dazu einen Multiplayer-Ordner. Aber dafür kennt ihr nicht mehr als Rockstar dafür. Das war gerade in Deutsch. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, was ich meine. Und zwar. Mit dem Singleplayer-Ordner modde ich halt eben dieses Spiel so hart, dass ich halt eben gucke, dass ich einen Crash reinbekomme. Mit dem Multiplayer brauche ich euch eigentlich gar nicht erklären, was ich da mit dem vorhabe. Aber trotzdem. Warum ist es immer wieder notwendig, nach zwei Wochen eine Aktivierung machen zu müssen? Also per Online. Und dann wird automatisch ein Patch runtergeladen und wenn man den abbricht, hängt sich dann nur noch das Spiel auf. Also von dem her wollte ich euch mal fragen, gibt es vielleicht einen On-Fly-Modus, ohne jetzt die ganze Zeit hier das Internet-Kabel ziehen zu müssen und von einer Aktivierung hingewiesen zu werden? Wenn ja, dann bitte sagt es mir, weil ich habe langsam echt die Schnurz voll, die ganze Zeit mein Game zu modden, um danach rauszufinden. Und es ist alles von Arsch, weil dann wieder alles ersetzt wird durch Backup-Files. Aber nun denn? Oh Gott, komm schon. Strengt sich überhaupt die Polizei hier an? Verdammte Scheiß nochmal. Ich fahre einen normalen Sedan. Ich habe ein eingeknicktes Rad. Ich habe ein eingeknicktes Rad und die Polizei schafft es gerade eben nicht, mich aufzuhalten. Wow, ich bin wirklich beeindruckt, muss ich ja schon zugeben. Oh nein, die Polizei verfolgt mich. Hilfe. Bitch ass motherfucker. Jetzt hast du ihn bestimmt gezeigt. Oh wow. Da hatte ich aber gerade eben wirklich viele Waffen zu Hause. Nun denn? Michael wants to party all the time, fuck. Party all the time, party all the time. Was zur Hölle treiben diese Flitzbeam eigentlich? Oh hi, scheiße. Drehen. Au. Das Rad ist noch nicht eingeklemmt. Das sind tolle Neuigkeiten. Hingegen diese F.I.P. Granger könnten wirklich von mir wegbleiben, weil die töten mich normalerweise. Hä. Normalerweise. Scheint heute auch nicht mehr so der Fall zu sein, hä? Über Panto. Irgendwie schon fast geschandet, dass ich das mal in meiner Garage schon drin hatte. In GTA 5 Online. Und sogar stolz drauf war. Oh Gott. Komm schon. In, äh. Habe jetzt nicht gewusst, dass jetzt schon dieses, ähm, Blaine County Radio kommt, aber okay. Bless your heart. Das Beste könnte es gerade eben nicht mehr funktionieren. Wunderschön. Und wenn wir eigentlich schon mal dabei sind, von Sachen zu reden, die möglicherweise mit GTA 5 passieren könnten, ne, wäre ja eigentlich eins ziemlich interessant. Und zwar, gibt's jetzt hier dann wieder so einen Scheiß mit Missing Textures wie in GTA San Andreas und 4. Das ging nämlich ziemlich auf den Tag. Also von dem her, mich würde es eigentlich mal nicht stören, wenn es jetzt mal von Haus aus so kommen wurde. Wisst ihr, ganz normal. Oder zumindest, dass es nicht so ein Arschkrampf ist. Weil bei GTA 4 bräuchte man eine Command Line. Scheiße. Bei GTA San Andreas, ähm, musste man, äh, ein Skript runterladen. Oder Skript war es jetzt an ja auch nicht mehr. Wie hieß das nochmal? Ich glaub, das war sogar eine Assi-Datei. Hört sich jetzt als lustig an, ich weiß, aber trotzdem. Ähm, ja, leck mich doch wirklich kreuzweise. Game. Ein eingeknicktes Rad. Nun denn, auf jeden Fall, es würde mich wirklich mal freuen, wenn jetzt dieses GTA erstmal schaffen würde, ohne solche Sachen zurechtzukommen. Weil Rockstar hat jetzt wirklich genügend Zeit gehabt, ihre Spiele so zu optimieren, dass es mal was aushalten sollte. Nun denn. Gleichwertig einen Platten haben und das macht natürlich alles besser. Wer wisst ihr, der Habanero ist ja nicht ein Frontradler, Antriebler. Also, das war jetzt erstmal eine interessante Definition, aber ihr wisst, was ich meine. FWD. Und dadurch, dass jetzt auch erstmal ein Rad vorne eingeknickt ist und, äh, auch noch ein Reifen fehlt, würde ich mal darauf tippen, dass es jetzt sich nicht so ganz, äh, gut auf die Beschleunigung aus, ähm, haben wird. Und, ich meine, ja, der Habanero ist allgemein nicht schnell, aber trotzdem, er geht schon ein bisschen schneller. Also, nehm, er, jo. Hi. Ähm. Muss ich mir Sorgen machen. Komm schon her, du Kleiderhund. Töte mich. Töte mich. Komm schon. Töte mich. Töte mich. Nee, der gibt einen Scheiß auf mich. Oh, komm schon, ey. Komm, kannst du mich jetzt bitte anfallen? Ja, einen tollen Wachhund, den sie da haben. Nun denn, ähm, dann muss jetzt auch erstmal schossen werden. Scheiß drauf. Also, Leute, das war es erstmal GTA 5. Ich hoffe, es hat es gefallen. Und das will ich dann erstmal sagen, ey. Bis später. Hi. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!